So Leute, Hallo und Herzen Willkommen zu einer neuen Runde Stronghold Crusader. Wir sind am Ende der letzten Folge ein bisschen auf die heutige Map eingegangen. Wir befinden uns rechts oben, haben dieselbe Startvoraussetzungen wie die Emirs, beziehungsweise also was Gold angeht, der Rest. Ja, wir haben es letztes Mal besprochen, wahrscheinlich müssen wir um Stein und Erz sehr krass kämpfen. Wir haben sogar kurz reingeschaut. Bevor wir starten, möchte ich ein bisschen auf euer Feedback eingehen, weil das ist irgendwie super in diesem Projekt. Ich kann mega cool hier auf Feedback eingehen. Ist mir ja beim Hauptkanal nie möglich quasi. Und zwar, ich habe in Frage gestellt, was die Scheiße mit den Bäumen soll. Wie die nachwachsen, wie das funktioniert. Ich bin nicht schlau geworden. Ihr habt mir ja geraten, ich soll da Mauer drum ziehen oder gräben und so weiter. Und es hat einfach nicht funktioniert und ich war sauer. Und das hat zur Folge gehabt, dass übe viele Leute eine Doktorarbeit geschrieben haben über das Thema, wie wachsen Bäume in Stronger Crusader und warum. Also ich bin hier gerade im Community Discord von mir. Hand of Bloods übrigens in der Videobeschreibung. Im Feedback Hanno Channel. Und allein hier haben sich mehrere Leute mit dem Thema auseinandergesetzt. Es wurden teilweise Gleichungen aufgestellt, Formeln und das ist noch lange nicht alles. Das meiste gibt es in den YouTube-Kommentaren. Alter! Also hier, kleines Fazit. Sieht man, sitze ich da vor? Ich sitze da vor. Hinter den Bäumen Platz zum Wachsen ist, in Klammern, sprich GBH und nicht BHG oder BGH. B gleich Baumpopulation, G gleich Grün, H gleich Holzfäck. Also es wurde, es ist crazy. Ich habe den jetzt mal angepinnt, weil ich fand den am besten, am schlüssigsten. Es war viel, viel widersprüchliche Aussagen. Also super viel. Ich habe mich, wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe? Als wäre ich Prof in der Uni. Ja? Und die Vorlesung Stronger Crusader Economic... Ihr wisst, was ich meine. Ne, jetzt will ich es wissen. Ja. Stronger Crusader Economics. Und Thema war Holz... Ne, Baumpopulation. Und ihr bekommt die Aufgabe, eine Hausarbeit darüber zu schreiben. Und rennt los. Und geht in die Uni-Bibliothek. Und rastet völlig aus. Ich muss echt aufpassen, was ich sage. Aber, also viele sind durchgefallen, kann ich schon mal sagen. Aber viele bekommen auch 1 plus mit Sternchen, bin ich ehrlich. Ähm, das fand ich am besten. Wir lesen uns das einmal durch. Alle Bäume wachsen ausschließlich auf Grünfläche, außer der Olivenbaum. Der wächst ausschließlich auf Nicht-Grünfläche. Ein Baumspräuschling liefert lediglich ein Balken Holz. Ein Holzfäller sammelt drei, bevor er anfängt zu sägen. Ein ausgewachsener Baum hingegen neun. Das heißt, wir müssen echt immer gucken, dass sie auswachsen. Ein Holzfäller benutzt ein Path-Finding-Algorithmus. Folglich fällt er fast immer, der Algorithmus ist nicht sonderlich gut, den nächsten Baum. Das heißt, die gehen nicht logisch vor. Die fällen einfach das, was am closest in ihrer Range ist. Das ist eine wichtige Info. Aus zweitens und drittens, oder anhand von Ausprobieren, erkennt man, dass eine Baumpopulation immer vom Holzfäller wegwächst. Ist ja klar, weil er mal aus nächster Nähe alles weghackt. So, da muss man aber drauf achten, dass dahinter mal Grünfläche ist, sonst wachsen die nicht. So, wenn nun endlich Grünfläche vorhanden ist, reicht meist eine Anfangspopulation von drei Bäumen, sodass die Population trotz einem nahen Holzfäller divergiert. Allein dieses Wort, divergiert. Leute, geht zurück in die Uni, hört auf YouTube-Videos zu gucken. Scheiß Bildungssprache hier. Das ist ein Proleten-Channel. Meine Fresse. Äh, so, und das mit die wichtigste Info, und da kann man es aber eigentlich, glaube ich, auch kurz fassen. Yo, für drei ausgewachsene Bäume baust du nicht mehr als einen Holzfäller. Easy. Uns braucht genug Grünfläche. Ne? So. Weiteres Feedback gab es bezüglich... Gräben. Burggräben. Ähm, offensichtlich ist es so, wenn ich mit dem Burggräben übertreibe, dann kommt die KI nicht klar, weil die teilweise auch gar keine Buddeltruppen haben. Oh, lol! Wait. Alter, ich dachte, ich komme jetzt erst mal in die Lobby. Okay. Habe ich noch alles im Kopf. Also, wir haben ultra viel Grünfläche. Okay, wir bauen keine Burg. Let's go. Wir bauen keine Burg, glaube ich. Einfach weil... Wir haben hier einen Zugang. Mit dem müssen wir arbeiten, Maschallah. Guck, da oben. Wir bauen da einfach eine Mauer. Äh. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Wenn wir jetzt erst mal... Gott, ich bin langsam. So, wir haben... Ja, ich sage mal... Drei Holzfäller. Ich glaube, das ist gut. So. Nahrung. Am Anfang lohnt es wahrscheinlich sogar mehr zu bauen, damit man erst mal richtig viel hat. Also, generell ist das Game echt auch darauf ausgelegt. Ne, ich habe nicht so viel Grünfläche. Ich muss hier mit Getreide arbeiten, I guess. Ich habe nicht so viel Grünfläche. Das Game ist darauf ausgelegt... Äh. Ich muss kurz überlegen. Ja, doch. War richtig. Ist ja scheißegal. Ich brauche eh keine Burg. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man tatsächlich im Late Game mit dem Markt... Ähm. Im Late Game mit dem Markt Holz kauft. That's it. Wir machen das so. Und... So. Und... So. So. Wie viele Steine haben wir jetzt noch? Guck mal. Reicht für ein Türmsche. Türmsche. Machen wir hier hin. Äh. Machen wir hier hin. Das ist gut. Oh, ne. Ich hätte ihn weiter unten machen sollen, weil sonst... Sprayt der hier meine Arbeiter ab. Okay. Ich muss das im Auge behalten mit den drei Holzfeldern. Bin ich early. Ah, die machen jetzt nix. Gut. Äh. Geht die mal weg. Auf uns zählen. Mh. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Oh. Oh, wie machen wir das denn? Hier am besten, wa? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. So. Ich weiß nicht, ob ich mein Holz jetzt schon hier reinschleudern sollte, weil... Das wird, glaube ich, eh nichts. Ich habe noch nicht die Truppenstärke, um das zu halten. Es sind nur zwei Emirs. Es ist alles fein. Die haben so viel Gold wie ich. Es ist alles fein. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen konzentriert spielen. Ach, guck mal. Hier sind ja auch Bäume. Tschüss. Äh, guck mal, die gehen ja immer... Ja, doch, komm. Hoppala. So, neue Mühle. Ihr seid jetzt ein bisschen... Äh, ist egal. So. Ja, wir müssen das hier ganz platzoptimiert machen. Ach so. Noch ein wirklich sehr wichtiger Feedbackpunkt. Und... Ihr habt mich darauf hingewiesen. Auf den Lagern... Seht ihr hier, wenn ihr ganz genau hinguckt. So eine Kreuze. Das sind die Wege, auf denen die Leute, seht ihr auch, über die Lager gehen. Das habe ich nie gewusst. All die Jahre. Das habe ich schon all die Jahre nicht hier gewusst. Und ich habe letztes Mal die Wege zugebaut. Und deswegen konnten die nicht arbeiten. Wallah. Das war eine Erleuchtung. Wir benötigen Holz. Ja, Mann, das ist ganz entspannt. Haben wir genug Stein noch für eine Kassette? Ne, uh. Oh. Okay. Wir benötigen Holz. Ne, das ist wichtig jetzt. Scheiße. Also liefert mal Holz ab. Und dann werde ich hier schnell... Die haben nicht so viel Startgeld. Es ist alles entspannt. Ich kann hier schon Steine abbauen. Das geht. Das geht. Das geht. Äh, ich mache es ein bisschen mehr nach hier tatsächlich. Damit hier noch die Ochsenjoche Platz haben. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ist okay, ist okay. Entschuldigung. Okay. Ich glaube, es wird eine entspannte Mission. Wohin gehen wir? Aber ist auch mal gut. Also die letzte war ja sehr stressig. Stetzig spielt tatsächlich privat gerade den zweiten Kreuzzug. Und, ähm, er hat übertrieben zu knabbern an irgendeiner Mission gegen Saladins. Also, vielleicht ist er kacke. Vielleicht wird es aber auch echt noch knackig. Ich bin gespannt. So, wir bauen, äh... Nee, wir haben keinen Platz. Wir können keine Kathedrale bauen, Mann. Ich glaube, die Mission ist vor allem, wenn dann eine Herausforderung, wegen... Komm, wie die das wegfällen. Oh, der hier. Der hier kommt weg. Die roden das viel zu krass weg. Zack, weg mit dir. Ich habe jetzt ganz gut Holz. Ich mache noch einen weg. Das... Sind das die Olivenbäume? Die wachsen nicht auf Grünflächen. Haben wir gelernt. Der kommt auch weg. Na, lief er ab. Geht doch. So. Okay, äh... Bögen, I guess. Bögen und Masse, ne? Wobei... Wie machen wir das? Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 5, 6... Nee, der muss noch mehr her. Der muss noch mehr her. Hopfen. Hopfen tatsächlich. Very important. Ähm... Ja, 1, 1, 1, 2. 2 reich vielleicht erstmal. Ähm... Und ne Knallholz. Brauchen wir Holz. Alles cool. So. Guck mal, wir wägen schön nach. Also, wir haben 2 Holzfäller. Und wenn die... Wenn 2 Holzfäller diese beiden Wälder wegmachen, den zerliere ich das Spiel. Bin ich early. Ähm... Ich bräuchte ne Treppe. Tatsächlich. Aber da kommt schon... Da kommt schon Stein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Ja, ich glaube, das ist tiefenentspannt. Oh. Das ist tatsächlich für mich vorgesehen. Also, halt wirklich. Das wird... Ich dachte, es wird contestet von denen. Aber irgendwie nicht. Die haben hier links oben ihr... Ihren Kram. Beziehungsweise er hier? Weiß ich gar nicht. Er müsste eigentlich das contesten. Hm. Äh... So. Früh übt sich. Ah, da. Sehr gut. Zwo. Achso. Vorher vielleicht mal... Ne Kneipe noch. Wir benötigen Holz. Ja. Ja. Safety first, ne? Womit kann ich dienen? Hm. Okay. Ich denke, ein Butterbadier unten weg. Ganz normal mit Katapulten. Wir gucken jetzt, dass wir erstmal die Eko schön aufbauen. In der Schatzkammer, mal Lord. Das Volk liebt euch, mal Lord. Unser Lebensmittel vorrette wachsend. Das Volk liebt euch, mal Lord. Jetzt kommt gleich noch Bier aus Chunk hinzu. Wir benötigen Holz. Dann können wir nochmal vier Beliebtheit für Steuern verwenden. Ich könnte überlegen, ob ich die hier tatsächlich wegroden lasse, weil die können sich hier eh nicht drüber hinaus ausbreiten. Ähm. Und da hätte ich schon ganz schön viel Platz mehr. Ja komm, wir machen das. Wir machen das. Die machen da jetzt alles weg. Das Ding ist, ich hab da nur erstmal richtig viel Holzvorrat. Und dann reicht es auch, wenn ich erstmal nur einen hab. Weil ich hab hier eh nicht so viel Platz, um alles zu bebauen. Okay. Ähm. Achso. Ne. Genau. Kneipe. So. Machen wir zwei, ne? Da sind wir auf der sicheren Seite. Aha, da gab es auch Kommentarschreiber, die gesagt haben, bei so und so viel Population reicht... Reichen so und so viel... Ne? Also, Hopfenfarm, Brauereien und Wirtshäuser, äh, Schenken. Das hatte jemand geschrieben. Also ich bin immer drüber. Gut, merk ich auch selber, weil ich ja immer easy damit hinkomme. Oh, okay. Alter, so Mini-Saladin kann das sein? Also der ist ja echt gar nicht so bad. Sollte ich nicht unterschätzen. Ja. Okay, dann sammelt mal schnell schön Holz. Ich glaube, wir können hier noch mehr machen. Plus 80. Plus 4. Wachsen stetig, Sire. Das Volk huldig euch, Shaya. Shaya Allah. Shaya Leboe. So. Dann baue ich jetzt einfach eine zweite, oder? Ja, komm. Dann brauchen wir uns damit nicht mehr rumschlagen. Ähm. Gut. Ich glaube, ich baue noch eine Brauerei. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So. Dann knallen wir hier hin. So, ich kann ein bisschen erzählen, was ich in nächster Zeit und für die Weihnachtszeit geplant habe. Ähm. Ich bin natürlich auch, äh, in Weihnachts... Ferien? Heißt das so? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ähm. Ne? Weil ich, ich muss ja, Arbeitsrecht und so. Ich darf da nicht arbeiten. Über Weihnachten, Silvester. Da muss man Urlaub nehmen. Ähm. Und ich werde einfach in der Zeit trotzdem brutal viel zocken. Und einfach gucken, was dabei rumkommt. Ja. Ja. Ähm. Sprich, ihr werdet dann, äh, von zu Hause wahrscheinlich Gameplay bekommen. Äh. Da habe ich halt kein Greenscreen. Aber, äh, stelle ich mir ganz cool vor. Ne? Ähm. Und ansonsten, spieletechnisch, ähm, werde ich mit Bram Supreme Commander Forged Alliance aufnehmen. Und ich, äh, möchte gern Battle Realms mit, äh, Papo aufnehmen. Weil wir haben das in unserer Kindheit ganz schön viel gespielt, tatsächlich. Ist ein sehr altes Spiel, ein sehr unbekanntes Spiel. Das bessere Warcraft 3. Ähm. Und es gibt dabei dafür gerade eine Early Access, so, HD-Version, Remastered-Version auf Steam. Äh, die ist leider wohl ein bisschen buggy. Aber, äh, ganz gut. Weil man kann auch über Steam dann Lobbys machen und so und spart sich hier Tangle oder wie es auch alles heißt. Ne, gibt's ja gar nicht mehr. Game Ranger, äh, wie ich das sonst immer machen muss. Äh, das ist ganz cool. Allerdings warte ich da noch auf die deutsche Version. Gibt's bisher nur auf Englisch. Und gerade die Synchro von Battle Realms, die deutsche Synchro, ist halt so der Kern der Nostalgie. Und war auch echt ultra, ultra gut. Ähm, ja. Ich hab auch geguckt, es gibt auch eine GOG-Version, die ist auch gut. Auch auf Deutsch. Aber die ist nicht Full HD. Ähm, und das will ich halt schon, wenn's geht, anbieten hier. Das ist mir schon recht wichtig. So. Wir machen das einfach mal so. So, dann haben wir das vorbereitet. Äh, euch. Das baue ich, glaube ich, offensiv. Aber irgendwie so, dass es nicht in der... So, im Weg... Nicht so im Weg steht. Wenn ich... Ich stelle mir vor, er hier... Seine Truppen laufen hier dann lang. Ja, gut. Er ist wahrscheinlich intelligent genug. Dass, äh, er da einen Abstecher macht. Okay, das machen wir so. Ja, heute ein bisschen gucken, ne? Wie wir was machen. Ähm. Theoretisch, mathematisch kann ich hier... Nee. Ich hab echt wenig Platz. Das ist das... Wär kein Problem, können wir, ähm... Söldner produzieren. Scheiße. Okay. Uno, dos. Warte, das war jetzt Rüstung, ne? Nee, Schwert, das ist da. Rüstung. 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 Schwert. So. Hä? Was war mit ihm hier? Hm. Okay. So. I guess... Die sind jetzt hier bald oben fertig. Dann reiß ich die ab. Oh, shit. Das war der Falsche. Leute, er geht nach da oben raus, anstatt hier unten. Der eine Holzfäller. Hä? Was hat er vor? What? Wo geht er denn hin? Okay, da müssen wir aber nochmal reden, Leute. Das ist ja nicht so, wie ihr gesagt habt. Äh. So. Euer Gnaden. Es werden Rekruten... So, übrigens. Das Volk huldigt. Unsere Schatzkammer leert sich. Brauche ich hier. So. Gleich ein paar mehr. Ähm. Ja. Ich glaube... Ich werde hier direkt schauen, dass ich Stress mache. Ähm. Metall, Eisen habe ich jetzt das maximalste rausgeholt. Äh. Stein brauche ich eh nicht mehr. Ähm. Ich glaube, ich bin sogar hier derjenige, der offensiv spielen wird. Einfach weil... Wie können wir helfen? Hier passiert ja nicht viel. Jetzt ist mein Problem. Ich kann gar nicht so viel... Äh. Oh, liefert er gerade ab? Ich will ihn jetzt nicht aufhalten. Eure Beliebtheit sinkt. Ich kann jetzt gar nicht so viel Bogenschützen bauen. Ah, komm, scheiß drauf. Weil ich habe nicht so viel Bäume. Ich könnte hier Holzfäller bauen. Und einfach gucken... Ihr könnt das nicht dort passieren. Ich meine, die haben ultra langen Laufweg, aber ich baue dann einfach viele. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. So, gar kein Problem. Was mit Beliebtheit? Das Volk liebt euch, mein Lord. Nahrung plus 8, Bierschung 4. Äh, warum ist das jetzt? Gold fließt in die Schatzkammerseier. Das Mittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So, wie läuft es mit dem Bier? Haben wir gut da. Okay, easy. Dann, ähm, wie läuft es mit dem Eisen? Geht zur Neige. Oh, was ist mit ihm? Ah, er hat gar keinen Weg. Was ist das für einer? Schwert. Das ist keine Arbeit, Sire. Shit. Ja, stimmt. Sieht man eigentlich auch. So, so, machen wir, machen wir so. Kann er hier, glaube ich, oben rum. Das passt. Okay. So, jetzt würde ich hier noch Waffenproduktion aufbauen mit Bögen. Ja. Wir benötigen Holz. Bögen. Euer Gnaden. Bögen. Oh, er kommt. Euer Gnaden. Guckt euch das an. Wir sind bereit. Es werden Waffen... Und er greift das wahrscheinlich an. Und es gibt gleich ein fettes Ackermatch gegen meine Holzfäller. Ja, bitte. Warte, ich baue hier mal eine Balliste. Wir werden überfallen. Was soll konstruiert werden? Verlagerungsgeräte bemannt. Mhm. Die Holzfäller werden sich... Aber er greift nicht die Gebäude an. Witzig. Ihr könnt auf uns zählen. Wirklich in den Geraden. Ein Kinderspiel. So, dann gehen wir rein. Schönes Ding. Seid gegrüßt. Oh, lol. Das war ganz schön viel. Aha. So, machen wir mal hier ein. Und hier. Das dürfte jetzt auch... Ach, der will auf meinen Stein gehen. Dieses Saal. Schön. Ja, freudig. Okay. Ich brauche jetzt Bögen. Bögen, Bögen, Bögen. Die beiden Ballisten hier... ...bringe nicht so viel. Gehen jetzt auch wahrscheinlich down. Können wir auch noch die... Also generell die Schilde, ja. Klar. Bei denen ist nur das Problem... Bei den Schilden ist das Problem... Die sind halt echt zu broken. Finde ich nicht so gut. Muss ich sagen. Könnt ihr die jetzt mal wegmachen? Eieieiei. Okay. Ähm. So, schieß mal zurück, Jungs. Sehr gut. Zwei Stück. Ja, das ist jetzt ärgerlich, was da passiert ist. Das darf eigentlich nicht passieren. Bisschen unruhig, ne? Jetzt. Alter, da kommt die nächste Fuge. Okay, okay. Okay. Wie ist er eigentlich durchgekommen? Wait a minute. Wie sind die Schwertkämpfer durchgekommen? Ich glaube, da oben war eine Lücke. Der Bergfried ist komplett. Eieiei. Das ist jetzt aber problematisch alles. Tatsächlich. Es ist sogar äußerst problematisch, weil... Scheiße, Bruder. Ich glaube, ich muss... Ey, die haben alles von mir weggemacht. Oh mein Gott. Warte mal. Eine Nachricht vom Emiah. Ich schlage vor, ihr solltet besser etwas gegen eure unangenehme Anwesenheit tun. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Problem löse. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Verlagerungsgeräte bemannt. Dann muss ich jetzt Notfall... Eure Beliebtheit. Eine Nachricht vom Emiah. Gar nicht zu anstrengend, das alles. Schnell, schnell, schnell. Ja, sehr gut. Balliste, bereit, mein Gott. Okay, ich habe richtig das Problem. Tatsächlich. Ich habe richtig das Problem. Die berittenen Bogenschützen haben mich total gebumst. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir... Eine Nachricht vom Emiah. Gar nicht zu anstrengend, das alles. Die haben mich richtig gebumst. Wir benötigen Holz. Wir stehen zu Dienst. Wie, wie, wie? Ach, mein Gott. Oh, mein Gott. Haben die mich hops genommen. Balliste, wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, mein Lord. Das ist richtig problematisch, was hier passiert. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Wir sind bereit. So, die gehen jetzt über die Holzfallen. Ich hoffe, die berittenen Bogenschützen schickt er jetzt richtig rein. Ja, geil. Okay, das ist gut. Nice. Er hat alle reingeintet. Er hat alle reingeintet. Die berittenen Bogenschützen. Oh, mein Gott. Oh, da kommt die nächste Welle. Übrigens, ah, ich hab nur was vergessen. Standard-Tempo. Ist eigentlich anders. Ich brauch jetzt Ballisten. Ganz viele. Kein Holz. Kein Holz, kein Holz. Jungs. Werkzeug ist Belagerungsgeräte bemannt. Jungs. Go, go, go. Der Bergfried ist komplett. Ja, 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 ist ja gut. So, hier wird jetzt dicht gemacht. So. Let's go. Okay, richtig problematisch, die berittenen Bogenschützen. Hier bereitet er schon die nächste Welle vor. Okay, ich muss hier jetzt erstmal clearn. Dann kann ich wieder mich nach außen vor wagen. Solange... Gold hab ich. Das ist nicht das Problem. Das hier muss man eben weg. Das geht jetzt nicht. Und das... Oh, scheiße. Ich bin dumm. Egal, nicht schlimm. Alles gut. Gar nicht so anstrengend, das alles. Okay, ich hab... Das... Die Situation massiv unterschätzt. Ich hab gedacht, es wird richtig easy. Und richtig lächerlich. War's aber nicht. Jetzt kommt er hier mit... Das ist doch nicht sein Ernst. Der Turm ist fast verregend. Die Gebäude stehen in Flammen, Sire. Was? Ein Nachricht vom Emias. Das ist recht. Das ist gar nicht so anstrengend, das alles. Aggressiv. Aggressiv. Hey, geht doch rein in die Hütte. Ah. Ist geblockt. Ist geblockt. Dann machen wir das so. Komm, wir schießen jetzt mal zurück. Ja. Was ist denn jetzt hier das Problem, Alter? Flugbahn ist berechnet. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Lagerungsgeräte bemannt. Für dieses Gerät brauchen wir mehr baumeistliches Ziel. Tribock bereit, Sire. Okay. So. Ich wage jetzt, glaube ich, mal eine Lücke. So. Leute. Let's go. Sehr gut. Und los geht die Eko. Ich bräuchte... Okay. Stein hab ich. Ach so. Ja, nice. Warte mal. Dann machen wir das einfach... Wir werden überfallen. Wieder so. Ja. Und mit kleinen Wellen stopfen wir hier alles. So eine Weihnachtsgans. So. Was ist jetzt hier los? Hier wird zurückgeschossen. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Was ist denn mehr Baumeister? Ist doch alles gut. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Was wünscht ihr? Wir machen uns für die Lagerungsgeräte bemannt. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Was ist denn hier los? Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. So. Alter, die ganzen Holzfäller, die hier rauskommen. Heilige Scheiße. Wir sind fast gestorben. Ach so, Hopfen. Brauch ich nochmal. Stimmt. Zack. Mach doch, Junge. Mach doch. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Also, ich glaube, er hätte gewonnen, hätte er die, ähm, hätte er die Briten im Bogenschützen nicht reingeintet. Bin ich early. Das war jetzt, oh mein Gott. Schaffe ich das? Ich habe sehr viel Ballisten, muss man sagen. Warum nicht noch mehr? Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Gold. Mehr Gold. Das Volk huldigt euch, Saga. Unser Werkzeug ist bereit. Belagerungsgeräte bemannt. Irgendwo noch. Da. Belagerungsgeräte bemannt. Konstruieren Belagerungsgeräte. Jawohl, mach die weg. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das sieht gut aus. Hoffentlich. I don't know. Word, schießt. Ich muss hier auch immer irgendwie was strategisch Wichtiges hinbauen, damit die da drauf gehen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der war nicht. Sieht echt gut aus. Sieht sehr gut aus. Alter. Was soll der das? Hey. Immer diese Front. Okay. Kann ich hier irgendwie nochmal was, das hier oder so weg machen? Warum hat der das eigentlich? Was für Units produziert der da raus? Aus den normalen Dings hier. Wie heißt das? Kaserne? Unterkünfte. Oh. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Die werden auch weggeflext. Okay. Die verschiebe ich ein bisschen nach links. Okay. So, wenn der Angriff durch ist, baue ich hier wieder einen Steinbruch. Oh, ich brauche Hütten wieder. Hütten, Gaudi. Okay. Alter. Okay. Hier kommen die nächsten. Krass. Krass, krass, krass. Krass Klassenfahrt. Hä. Mach ich mal hier hin? Dann müssen die richtig weiter hochlaufen. Ist ja auch worth. Okay. Die werden eingedeckt. Sehr gut. Die werden... Ah, die werden hier schon eingedeckt. Ey, mach doch die weg. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt könnte er die wegratzen. Oh, der ist auch schön. Guck mal. Die stellen sich da schön hin. Das ist wie Tontauben schießen. Und hier die Holzfäller. LOL. Die machen die einfach. Die hacken die einfach weg. Guckt euch das an, was die an Schaden machen. Ich brauche mehr Holzfäller. Das Geile ist, er greift die auch nicht an. Wir benötigen Holz. Die besten billigen Units. Und die Häuser haben nicht so hohe Prio. Also, was heißt die Häuser? Die Holzfällerhütten haben bei den Gegnern nicht so hohe Prio, dass sie die kaputt machen. Offensichtlich. Witzig. Witzig. Okay, so. Jetzt muss ich hoffen, dass Stein jetzt langsam durchkommt. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Gott sei Dank machen sie die nicht kaputt. Ah doch, die schlachten die Ochsen. Vielleicht sollte ich einen hier hinten safe hinstellen. Ist zwar ein viel, viel längerer Weg, aber er macht den immer relativ safe. Nee, no risk, no fun, gell? Vielleicht reiße ich einen ab. So. Okay. Ich glaube, ich muss sie auch gar nicht so verteilt aufstellen. Einfach hier alles in die Ecke. Kann ich hier irgendwie noch weiter unten einen hinstellen? So. Müsste gehen. Oh, sehr gut. Jetzt können die da richtig hinratzen. Oh, Traum. Sehr gut. So gefällt Hanno das. Riecher Fleischwolf. Gefällt mir. Und wie bringen die hier ihre Eisen nicht weg, ne? Doch. Okay. Der Coins-Speicher ist voll, my lord. Coins-Speicher ist voll. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Hier in so eine fette Kathedrale. Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Leu, meine Beliebtheit. Oh mein gosh. Was ist denn da los? Scheiße. So. Okay, ich brauche jetzt 15 Steinen, um die scheiße Unterkünfte zu bauen. Und ich baue die jetzt auch safe hier hin. Weil ich habe ein paar Bögen. 25. Die safen ganz schön meinen Ass. Balliste, bereit. Meine Flugbahn ist berechnet. Perfekt. Nicht? Doch. Hä, mach doch. Der? Flugbahn ist berechnet. Ah, okay. Kann ich irgendwie sagen, hier so rein? Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Schönes Ding. Flugbahn ist berechnet. Vielleicht so an den Turm? Flugbahn ist berechnet. Nee, dann hört er auf, wenn der Turm weg... Ach, ich brauche die Steine auch. Flugbahn ist berechnet. Ich will schon die Gebäude auch treffen. Schön one shotten. Flugbahn ist berechnet. Vielleicht passiert das ja. Ab und an. Okay. Gut. Dann, äh... Ich habe relativ viel Holz durch die ganzen Holzfäller, äh, in der Mitte. Das heißt, ich würde hier tatsächlich noch mehr Bogenschützen bauen. Wir haben nicht genügend Holzfäller. So, machen wir zwölf. Richtig? Ja. Gut. Wir benötigen Holz. Übrigens, ich hatte ja auch letzte Folge, äh, angesprochen, wie es ist mit dem Spieltempo. Was standardmäßig ist. Und Standard ist tatsächlich 40. Aber habe ich so gespielt? Es fühlt sich jetzt sehr langsam an, weil... Ich bin natürlich durch die letzten beiden Folgen jetzt was ganz anderes gewöhnt. Gewohnt. Aber ich glaube, dann haben wir immer so gespielt. Und ich habe einfach einmal aus Versehen auf 75 gespielt. Und dann letzte Folge auf, was? 55? 60? Also, das Ding ist, die Animationen wurden wohl dafür gemacht, dass man auf Spieltempo 40 spielt. Und das sieht man auch ganz gut. Wackelig wie ein Kartenhaus. Oh, hier ist was eingekracht. Ähm. Ja. Ich, ja, ich weiß jetzt nicht. Also, ich bin mir da jetzt sehr unsicher, was jetzt das Richtige ist für diese Let's Play-Reihe. Gefühlt ist es jetzt schon sehr slow. Auf der anderen Seite, wir haben immer so gespielt. Nur jetzt die letzten beiden Folgen nicht. Und auf einmal bin ich... ...menschliches Hören, ne? Das ist einfach insane. So. Ach ja, ich wollte es ja nicht hier bauen. Ach, schau jetzt drauf. Ich glaube, ich habe jetzt wieder gut Fuß gefasst. Und bekomme auch gut Stein. So. Ich kann nochmal mehr Plitten hier bauen. Zu Hause. So. Alter. Ackermisch gegen die Holzfäller. Ich schieße sie ab. Ach, der Holzfäller gewonnen. Ja, irgendwie kommt es mir jetzt aber doch schon wieder bekannt vor. Irgendwie. Ja. Ich glaube, es ist echt halt Gewöhnungssache. Aber das Ding ist... Für mich ist Standard-Tempo das Tempo, was eingestellt ist, wenn man das Spiel installiert und startet. Ich habe übrigens so viel Rüstung irgendwie. Das ist halt die Frage, liege ich mit der Annahme richtig. Aber ja, ich glaube, das ist halt der Standard. Ich würde... Wisst ihr, was ich... Also, am liebsten würde ich jetzt alle alten Streams und Kreuz-Züge-Missionen von mir anschauen, um zu erfahren... Wie habe ich da halt wirklich gespielt und warum? Weil ich erinnere mich an brutal schwere Missionen aus dem ersten Kreuzzug, wo wir richtig geschwitzt haben um unsere Mütter. Ähm... Und da kam das Thema Spiel-Tempo sehr häufig auf, weil es natürlich auch im engen Zusammenhang steht mit der Schwierigkeit. Ja. Der KI ist das scheißegal, die Geschwindigkeit, aber dem Spieler nicht. Das ist das Ding. Ne? Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich werde das jetzt machen wie folgt. Ähm... Ich werde viele Ritter bauen. So viel wie geht. Und dann einfach mit ganz vielen Katapulten und Ballisten einen Gegnern am anderen wegmachen. Welchen denn zuerst? Welcher ist denn besser aufgestellt? Das ist ein echt Mini-Saladins, ne? Fährt mir gerade auf. Wahrscheinlich mache ich zuerst so Orange weg. Ja, dann machen wir jetzt wieder Trick 17. Das haben wir ja letztes Mal gelernt. Die Frage ist nur wie. Also ne Mönche-Spam. Darum geht's mir. Aber das Ding ist, wir haben halt keinen Platz für so ne... Er hat alle Bäume weggemacht. Das sind übrigens keine Bäume, das sind Büsche. Oder? Wait. Ne, das sind Bäume. Oder? Das hier sind Büsche. Aber das hier sind Bäume. Sind das Palmbäume? Arbeitet er? Ja. Alter, aber er, er... Ich glaube, auf lange Sicht macht er die wirklich weg. Was ist denn los mit ihm? Ein Holzfäller. Das Spiel ist so kaputt. Haben die im Jahr 2000 nicht nachgedacht. Ne, wann kam das? 2000? 2001? Alter, ist ja anstrengend. Ja, ich glaube... Ähm... Wo baue ich die Karte dran? Hier oben? Hier oben geht nicht, ne? Aber der rennt halt auch hin und will die kaputt machen, ist ja klar. Hier können... Ich muss das schon bei mir machen. Ich glaube, wir haben halt viel zu viel Getreide. Hm. Wir folgen euch, Herr. Balliste, bereit, Milon. Eine Schenke weg. So. Sehr gut. Dann machen wir das so. Oh, die habe ich wieder genau ins Lager gebaut. Ach, ne, aber hier kann man auch auf anderen Wege ins Lager ran. Okay. Gut. Dann spammen wir sie mit Mönchen weg. Ich habe ultra viel Gold, weil ich eine ultrageile Eko habe, sind wir ehrlich. Plus zwei. Oh. Ich brauche mehr... Achso, weil ich jetzt eine abgerissen habe, glaube ich. Probieren trotzdem mal. Aber durch die Kathedrale kriegen wir ja auch plus zwei. Wenn wir jetzt nur Platz für eine Kirche finden, wäre schon sexy, bin ich ehrlich. Hier. Wir haben zwar die Bäume gar keine Zukunft mehr, aber die Holzfäller hier basieren eh. Dann kann ich hier nur eine Stufe hochstellen. Minus eins. Religion plus drei. Ach ja, ich mache hier nur einen. Ja, ja. True. Ja, man muss da immer ein bisschen hin und her switchen. Ähm. So, hier wieder ein paar Werte. Geil, Waffenproduktion läuft. Na, das finde ich gut. So. Übrigens, die gelten ja nicht als Forward Tower. Ne? Bevor irgendwie jemand... Also, Forward Tower ist, einen Turm abseits seines Burgfriedes zu bauen, um den Gegner präventiv zu beschießen. So. Und hier oben ist einfach mein Burgfried, quasi. Also, brauche ich das argumentieren? Ne, oder? Bin zur Stelle. Weil sonst müssen wir uns nochmal über das Regelwerk unterhalten, ne? Nachher heißt das, nja. Also, Forward Tower heißt, alles über 20 Felder von deines Burgfriedes entfernt platziert. So. Ich habe doch wieder Stein ordentlich, oder? Mach den doch weg hier. Flugbahn ist berechnet. Flugbahn ist berechnet. Oh, Leute. Scheiße. Scheiße. Oh. Problematisch. Mach doch, Kollege, mach doch. So ist der Herrscher. Jetzt geht's ab, Junge. Kannst du weiter ballern? So. Okay. Den tanken wir mal voll. Okay. Ähm. Ich stopfe hier einfach alles zu. Wie viele Mönche haben wir? 83. Ich glaube, es reichen hier sogar all meine... Also, wenn ich all meine Bogenschützen und die Mönche und die Ritter hier unten hinschick, reicht das schon. Da bin ich fast von überzeugt. Wobei, dann werden die hier noch abgefangen. Ja, guck mal. Welche Bogenschützen haben wir? 78. Ja, doch, oder? Es werden Rekruten benötigt. Aber es kommt doch gar nicht mehr so viel von denen. Warum, warum lassen die denn nach? Guck mal, der Gelbe hat 8000 Gold. Aber ich... Ja, was ist sein Problem? Die Emis gehen halt auch krass auf diese, äh... Na, Beliebtheitsgebäude hier. Wie heißen sie? Gärten und andere Freuden. Das Volk huldigt euch, Sire. Hm. Was ist eigentlich Überfüllung? Das Volk huldigt euch, Sire. Crazy. Was es alles gibt, ne? Schüsch. Hallo, können die mal feuern? Die gleich helfen. Balliste, wir geben unser Bestes. Balliste, bereit, Milo. Flugbahn ist berechnet. Balliste, bereit, Milo. Hallo, können wir die jetzt mal abschießen? Was ist denn hier los? Wir geben unser Bestes. Das ist ja nervig ohne Ende. Mach die weg jetzt. Wacklich wie ein Gartenhaus. So. Ja, mach ich die mal da hin, wa? Okay. Wie sieht's hier aus? Nummer 7. Okay. Also. Dann warte ich, bis die hier alle weg sind. Ich glaube, dann... Also, die machen gerade ein Go, ne? Merkt man. Und wenn das durch ist, greife ich an. I guess. Dafür baue ich jetzt auch schon mal ein paar Baumeister. Ich kann ja auch mit Belagerungstürmen arbeiten und dann die Mönche auf sie loslassen. Wäre auch gar kein Problem. Auf die Mönche bin ich jetzt auch schon wieder zu spät gekommen. Eigentlich... Mit unserem Playstyle hier müssen wir es eigentlich drauf haben. Berittene Ritter. Ich bin zur Stelle. Das ist halt der Lüsch. Ist was da... Hallo? Hallo? Hier? Also. Was soll das denn? Priorisiert doch mal ordentlich. Dunn. So. Also diese berittene Bogenschütze, ne? Ist ja so schlimm, wenn man gegen die spielt. Nicht genug Gold. Jut. Alter, hier alles voll. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich glaube, die kommen nicht mehr. So, Abfahrt, Leute. Jetzt geht's los. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir stehen zur. Was wünscht ihr? Mein Bogen ist euer. Die Ballisten lasse ich als Backup hin, falls irgendwas passiert, dass ich dann nicht draufgehe. Ein Nachricht von Emia. Gar nicht zu anstrengend. Das alles. Jawohl. Bumschützen sind halt so weg, gegen gepanzerte Boys. Goldspahn für die Baumeister. Das ist ja auch was zum Bauernamen. Wie die weggemacht werden. Nice. Ja, man war erst orange. Äh. Leider eine Tribok ist kaputt. Wir freuen uns zählt. Eure Befehle? Wir stehen zu euch. Die Wege... Bin zur Stelle also unerwohnt. Das ist wahr. Wie zugeschüttet mit Pfeilen. Ein erträglicher Auferlust. Jetzt. Wir folgen euch her. Einab für alle. Rücken aus. Und wie können wir helfen? Ja, die mache ich mal da hier. Auf den Weg. Oh. Also wichtig ist, dass die Bogenschützen die wegmachen. Lass die Pfeile fliegen. Könnt ihr jetzt schon zurückschießen? Lass die Pfeile fliegen. Sehr gut. Mein Herz wünscht euch. Äh, Jungs. Der Herr ist allgegenwärtig. Sehr gut. Ihr könnt, wie es sich bereit soll. Eure Befehle? Sieht gut aus. Wir folgen euch her. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Wir stehen zu Dienst. Mit Gott. Wir stehen zu Dienst. Mit Gott. So, ich pump schon mal nach. Wir sind Waffen benötigt. Es werden Waffen benötigt. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Eure Gnaden? Es werden Rekorde nötige schwarzen Mönche sind bereit. Was wünscht ihr? Mein Bogen ist euer. Okay. Rücken ab. Dann. Katapulte. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Oh, oh. Oh, oh. Nur der Herr, dem Euerloft. Wir müssen den Katapult wegmachen. Wollen da schon alle? Ne. Nur drei. Schaut mal bitte alle auf das Katapult. Sehr gut. Wir folgen uns. Wir stehen zu diesem. Ran. Hä? Was ist los? Warum bewegt ihr euch? Seid ihr dunst? Heißer Regen. Alter. Ich mache jetzt den Turm weg, Jungs. Hallo, den Turm. Komm schon. Meine Bogenschützen sind gleich alle. Holy shit. Ey, jetzt treff doch bitte mal. So. Sehr gut. Katapult bereit, Meilor. Eine Nachricht von Emi. Ich schlage vor, ihr solltet besser etwas gegen eure unangenehme Anwesenheit tun. So, Schuss. Ihr macht den da weg. Und ihr macht den weg. Katapult bereit, Meilor. Katapult bereit, Meilor. Oh Gott, die treffen den ja nie. Okay. Jetzt wird's interessant. Auch was die Mönche... Oh, die Mönche haben die echt weggemacht. Aber der schüttet jetzt wahrscheinlich nochmal Pech. Dann zündet der sich aber komplett an, ne? Ist eigentlich ganz nice. Mache ich mal die Brunnen weg. Falls es nicht klappt, ihn zu finishen. Ah, das ist der. Raus. Oder? Ja, komm, die schütten runter. Warum haben die überlebt? What? Hat er alles runtergekippt? Oh, ein Brunnen ist noch da. Schaffen wir den? Schaffen wir den wegzumachen? Oh, er hat richtig viel abgerissen gerade. Unerbietung nicht helfen. Der Herr ist allgegenwärtig. So gut wie erledigt. Wie läuft's in der Defense? Okay, da kommen wieder welche. Gut. Ein paar Bogenschützen. Oh. So, gehen wir rein. Ich glaube, das war's. Oder ist er noch ein Pechboy? Ja, hier beim Tor sind noch welche, aber ich glaube, ansonsten war's das. Was wünscht ihr? Okay. Ja, hat mehr gekostet, als sie gedacht hätte. Oh, der ist schon fast tot. Holy shit. Oh, rein, Jungs. Sehr gut. Sehr gut. Okay. 500 Gold. Gut. So, theoretisch können wir es jetzt so machen, dass wir alles einfach hier hinschicken. Und das hier auch. Dass wir einfach dafür zwei Hände brauchen, ne? Frech. So, und jetzt kann ich auch die ganzen Ballisten nach vorne schieben. Ist ja scheißegal. Da kommt ja eh nichts mehr durch. Wenn ich da erstmal dran bin. Versteht ihr, wie ich mein? Eure Befehle in Bewegung. Notfalls habe ich auch immer noch die Ballisten auf dem Turm. Okay. Also ich muss zugeben, anfangen war ziemlich knifflig. Weil die Briten im Bogenschützen mich einfach hops genommen haben. Ich hatte ja nicht schnell genug Bogenschützen. Es werden Waffen benötigt sein. Aber ist ja noch gut gegangen. Ah, richtig reagiert. Ruhe bewahrt. Ja. So kennt man mich. Okay. Hm. Und wo greife ich an? Ah, lol. Wait. Hier ist gar kein Zugang. Oder? Kommt man hier... Nee, hier kommen wir nicht rüber. Lol. Lol. Das wusste ich... Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, dass er hier seinen Übergang hat. Weil das hier so... Aha. Ja, dann könnte er hier bleiben. Krass. Ich hatte die ganze Zeit Angst, wenn ich hier auf ihn zurücke, dass ich halt hier flankiert werde. Weil hier stand er auch immer mit seinen Truppen. Okay. Gut. Ein paar Baumeister wären noch wichtig. Ich glaube, den werde ich jetzt einfach mit Katapulten richtig eindecken. Das Ding ist nur... Er kommt jetzt gerade mit echt vielen Beritten in. Katapult, wir sind bereit. Eure Lordschaft, wir folgen euch, Herr. Die schwarzen Mönche sind bereit. Wir stehen zu Diensten. So gut wie erledigt. Und dann schießt die mal ab. Wir werden überfallen. Was wünscht ihr? So gut wie erledigt. Ja, mein Freund. Gib mir meinen Stadt. Ja, man sieht einfach, wohin die die schicken. Wenn man die angeht. Wir sind bereit. Schön. Oh, richtig erwischt. Die haben viele Bogenschützen von mir weggemacht. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeheze. Oh, jetzt fängt die hier gerade ab. Weg, Jungs. Abtauchen. So. Mein Gott, ey. Das ist hier ein Akt. Mit Eisen hat auch mal besser funktioniert, ne? Mein Lager ist voll, merke ich gerade. Bin ich mir ziemlich sicher, dass mein Lager voll ist. Yep. Alter. Ey, Maps mit Platzmangel sind einfach das Schlimmste. Ja, wie kriege ich das Holz weg? Ich brauche einfach irgendeine Scheiße. Ich habe keinen Platz für Lager, ich darf nichts verkaufen. Was kostet viel Holz? Und kann ich richtig spammen? Guck mal, ich kann das machen. Ich kann das machen. Das Ding ist... Ich kann die jetzt nicht mal abreißen. Oh mein Gott, wie viele Leute da jetzt vor mir hingehen. Egal. Oh mein Gott. So, macht die mal bitte weg. So, und ihr baut Katapulte. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ziel ist, wir folgen euch her. Okay. Hä, wo gehen die hin? Was wünscht ihr? Wir machen uns auf. Unser Werkzeug ist bereit. Alter, Katapult macht hier richtig Alarm. Okay. Wie kann ich helfen? Eins. Eine Nachricht vom Eber. Zwei. Was für ein Unheil. Boah, da können wir noch mehr. Katapult wird bewegt. Was wünscht? Drei. Balliste. Bereit, Milo. Seid gegrüßt. Der Herr ist allgegen. Wir sind bereit. Alter, wie low die ganzen Bogenschützen sind. Die sind ja alle One-Shot. Balliste, bereit, Mann, so gut wie erledigt. Das ist wahre Macht. Können wir die vielleicht doch mal direkt abschießen? Schönes Ding. Macht sie weg. Sehr gut. Da kommen die Stein-Dudes. Ja, scheiße. Ich kann die halt nicht... Au, doch jetzt. Hä? Wieso konnte ich die eben nicht abreißen? Ach, weil... Hier sind gerade keine Leute in der Nähe, glaube ich. Ja, geht mal wieder nach Hause. So. Jetzt. Hört mal bitte auf. Oh, jetzt habe ich keine Steine mehr zum Schießen, wa? Scheiß Holz. Ich reiß jetzt die Holzfälle ab. Einlassig. Balliste, bereit, Milo. So, der fällt als erstes. Das wird ja wohl reichen, eine Salve. Nicht. Jungs, strengt euch an. Das sind halt nur elf. Ihr greift meine Burg an. Ihr greift mich an. Langsam fühle ich mich dazu bezwungen, etwas dagegen zu unternehmen. Hier. Die schwarzen Mönchen sind bereit. Komm, euch machen wir mal hier. Geht nicht. Könnt ihr nicht durchs Wasser? Ein unmögliches Ziel. Eure Lordschaft? Katapult wird bewegt. Ey, jetzt kommen da wieder die Berittenen. Mein Gott. Schlimm. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt sein. Ich bin zur Stelle. Kein Gold. Balliste, bereit, Milo. Boah. Dieses andere Fleischwolf. Balliste, bereit, Milo. Balliste, gegen unser Bestes. Ey, und wieder Schwertkämpfer. Mein Gott, ey. Unfassbar. Unfassbar. Der muss jetzt weg. So gut wie erledigt. Ihr könnt auf uns zählen. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. Balliste, bereit, Milo. Hier steht es. Und los. Ey, nervig. Nervig. Bin ich ehrlich. Macht bitte den Turm weg, Jungs. Wie will ich hier sein? So gut wie erledigt. Balliste, bereit. Wir stehen zu lieb. Bereit, Milo. Geil, die Ballisten schießen auch da hoch. Ihr solltet besser etwas gegen eure unangenehme Anwesenheit tun. Halt doch dein Maul, jetzt reicht's aber mal. Ein erträglicher Aufwand. Mach dir. Das war's. Meine Truppen sind weg. Ey, nein, komm. Ey, das ist, wenn man zu sparsam ist bei Angriffen. Bitte mach den Turm weg. Gott bless, der Katapult ist weg. Okay, nice. Es ist gar nicht so over, wie ich dachte. So, der kommt jetzt auch weg. Das reicht. Zwei, so Nummer zwei. So, und ihr macht den Turm weg. Bitte, 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 bitte. Drauf der jetzt. Ja, 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 komm. Ein Schuss. Ehre in den Arsch. So, jetzt wird einfach mal durchgefeuert. Schön rein da. Das Ding ist, er hat halt auch ein paar Feuerboys wieder. Ich brauch mehr Mönche zum Finischen. Nein! Das hier keine Steuergruppen, irgendwas in diesem Game. Warum ist das eigentlich, also was ich mich immer frage, was ich glaube ich noch nie gesagt habe. Oder habe ich, oder ich sag's jede Folge. Eins von beiden. Nein, es gibt noch ein Community-Patch, den habe ich doch auch. Warum ist es nicht möglich, Gebäude auf Steuergruppen zu legen? Oder Hotkeys allgemein, so, das ist irgendwie übel whack in einem Game. Wisst ihr, was ich meine? Ich check's nicht. So, nächster. So, ich schicke jetzt mal die Mönche rein. Hoffentlich aktivieren die die, äh, die Feuerboys. Das ist, ne, you know, what I mean, what I mean, no. Oh, oh, da oben wird's schwierig. Komm, ein paar benutze ich jetzt zum Inten. Oh, lol, der Kornspeicher. Das ist ja nett. Schön. Schön. Schön, schön, schön. So, läuft das hier mit den? Wir benötigen Steine. Schön, wichtig, wichtig. Wichtig, Mönche. So, jetzt müssen Feuer, Regen kommen. Los, gönn, gönn. Was ist nicht? Ich zieh durch, oder? Ich zieh durch, ich zieh durch. Das reicht, das reicht. Das reicht, die kippen nicht, die kippen nicht. Win, easy. Einfachstes Match. Jetzt ist es viel zu spät, du Lampen. Viel zu spät. Gegen was spiele ich hier? Schmutz. Wirklich. Schmutz. Ah, da war ich jetzt sehr sparsam bei meinem Angriff. Und dann merkt man, das ist genau der Grund, warum ich mal sehr lange meine Angriffe präpariere. Damit die auch safe durchgehen. Weil sonst war alles für den Arsch. Allein die Zeit, die dabei draufgehen würde. So. Nächste Map. Das war übrigens schon Kreuzug 60. Jetzt 61 wäre. Okay, das war was ganz anderes. Also, gegen den Vazir. Ne, Nizza. Wait, das ist noch ein anderer, ne? Nizza. Der ist, glaube ich, so ähnlich wie der Kalif. Aus dem ersten Kreuzug kennen wir einen Kalifen. Der sieht irgendwie noch mehr danach aus, dass er richtig auf Mäuschenmörder geht. Und der startet mit 20.000 Gold. Die Frage ist, wie nah sind wir am Gegner? Und wir scheinen auf einem Berg zu sein. Wir gucken mal rein. Ja, wir sind auf einem Berg. Und er ist doch recht weit weg. Also, nicht in Schussreichweite von den Türmen, ne? Das ist ja manchmal so. Aber er hat halt sehr viel Platz. Holy shit. Okay, aber wir haben hier alles. Wir haben Ultravieh Eisen. Ultravieh Stein. Also, genügend Stein. Grünflächen. Ja, okay. Dann wissen wir, was uns nächste Runde, nächste Folge erwartet. Ragequill. Okay. Vielen Dank fürs Zugucken. Und viel Spaß bei den nächsten Videos. Wir sehen uns. Tschüssi. 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 Tschüssi.